Und in der Gruppe macht das richtig viel Spaß. Und das hier kann man am Ende des Tages mal nach Hause nehmen. Im Seminar von RTS für Bodengestaltung werden grundlegende Fertigkeiten vermittelt und man kann alle Materialien ausprobieren und kennenlernen. Und genau dieses Seminar holen wir zu uns ins Ruhrgebiet. Die Termine findet ihr auf unserer Homepage unter www.modellbahnunion.com Da einfach in der Suchleiste Seminar eingeben und ihr findet alle Themen zu den Workshops. Psst. Da habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, ein Seminar als Gutschein zu verschenken. Zum Beispiel für den wichtigsten Feiertag im Jahr, den Tag der Modelleisenbahn am 2.12. Natürlich kann man das auch zum Geburtstag verschenken. Oder vielleicht auch zum Renteneintritt oder zum Namenstag oder zu Weihnachten oder vielleicht für Vereine. Und wenn ihr am 28. oder 29. Juni hier zu uns nach Kamen kommt, zu unserem Sommerfest, dann habt ihr die Möglichkeit, euch direkt anzumelden und zwar am Stand von RTS. Die werden nämlich auch mit einem Stand neben zahlreicher anderer Hersteller hier vor Ort vertreten sein. Die Seminare finden hier bei uns in den Räumlichkeiten statt, an der Gutenbergstraße 3a, in der Ruhrmetropole Kamen. Das heißt, ihr könntet standesgemäß mit unserem RRX anreisen. Willst du dich hier mal vorstellen? Vorstellen? Die meisten kennen mich doch. Hi, ich bin Lena und ich freue mich, gemeinsam mit euch in den Seminaren bei uns das Hobby Modellbau live zu erleben. Tschö-dum!